Und weiter geht's. Hier im Obsidiapark. Bei Pokémon Rebogen. Mit einem Doppelkampf. Und you are gonna need to stop right there. Pick a good and pray. Auf geht's in der nächsten Part mit einem Doppelkampf von 2 Meteor. Oh, gut. Die Mission greift an. It's raining. Aha. Dann... So und... So würde ich sagen. Wir sind schon da zu stark. Das ist im Gegenteil zu... Team Rocket Rüppeln. Oder anderen Rüppeln. Hauptgeneration haben wir jetzt hier schon. Langsam wirklich mit... Einen Gegner zu holen. Das ist hier... Die halten schon was Angst. Also das ist hier... Nicht so wie die Rüppeln... Und dann gucken und spielen. Dass die einfach... Gefühlt einfach mal... Einmal... 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 Die lassen... ... weil wir auch... Bei der Welt sind.... Schon sind sie fertig. Muss man uns ein bisschen bekämpfen... Ja komm, du machst es jetzt aber noch ein bisschen aus, weil er ließ sie jetzt schlecht aus. Das war ja sehr effektiv. Auweia, wir sind geliefert. Ich habe hier mal so ein Gebiet, das irgendwie hat abgestärkt, von dem... Irgendwie ist hier auch gar nichts mehr effektiv, oder? Hm, wenigstens etwas. Hm, na. Es macht auch keinen Schaden mehr. Irgendwas ist hier los. Wir machen keinen Schaden mehr, das Gegenwohl macht keinen Schaden mehr. Was? Was passiert hier? Stunden später. Wie kann das denn so wenig wirken? Vor allem der trifft vom Gegner. Wie kann das hier so... So wenig wirken? So wenig wirken? So wenig wirken? So wenig wirken? Geh doch! Geh doch! Ein wildes Kinofenster, davon haben wir schon eins im Team. Was ist hier los? Gehen wir da nicht mehr durch. So, auf zum Pokémon Center. Seht gleich nebenan. So, und wir schloppen uns weiter durch den Wald. So, wie kann das sein? Den haben wir besiegt. Jetzt waren wir hier oben, glaube ich. Natürlich. Genau, eben dann. Oh, Rottisch. Oh, Rottisch. Das war doch ein Mirata. Ich glaube ich. Ich kann mich daran ändern, dass die Entwicklung einigermaßen stark war. Aber egal. Wir haben unsere Pokémon aktuell voll. Seidenbefindung und Wasserpottmann haben wir hier. Wir haben heute Nachtspiel zum Austauschen. Okay. Proff trainieren. Wir haben uns den Weg frei gemacht. Den Weg geht es aber nicht mehr weiter. So. Dann müssen wir wohl hier lang. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder ich wie lang. Oder auch nicht. Das ist nur wieder am Anfang. Oh, was soll der Mist. Das kann auch nicht gewollt sein. Oh, Umut. Ich glaube Umut hieß das. Oder nicht. Von hier aus vielleicht. Ah, hier haben wir schon. Da haben wir ihn doch schon besiegt. Wir haben doch schon besiegt. Da wird ganz am Anfang durch. Es geht viel lang. Oh verdammt. Das Team ist doch geil jetzt. Was soll denn damit? Na was soll das? Wurde schon schief gehen. Was soll das? Du bist sehr stark. Du kannst alles machen. So, dann geht's. Hey! Wie lange werden wir den anderen Problemen vergessen? Oh, hallo! Mein Name ist Lumi. Nur 4 von euch entert. Wir erwarten mehr. 4. 4. 5. 6. 8. 8. 10. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 14. 14. 14. 15. 20. 16. 15. 20. 22. 23. 23. Die Maschinen sind hier aufgebaut und die ist verantwortlich für den ganzen Wachstum und Pflanzen, wir können das alles verlieren. Ich kann ja was lernen. Mit was? Wie siehst du denn aus? Ähm... Excuse me? WTF? Sind wir vielleicht noch ein bisschen zu unterlevel dafür? Okay, er hält's aus. Mode schafft's. Wenn du auf einen Silben erwimmst. Okay. Ember ist doch nicht so das Ding. So, das war's. Wow. 23. Max defeated, Meteor, Edmund, Zell. Okay, die hat wirklich nur einen, dass er eine Pokémon gehabt. Das ist, weil du shouldn't talk so much. Max defeated, 4... 460. 2 unbedingt. Ist sie jetzt eine gespaltene Persönlichkeit? Oder warum... Sagt sie... W3? Und... Ich versteh's nicht. Das war dieses... Wie hieß das Pokémon? Keine Ahnung. Das große was ich für... Die Verwandlung war ja interessant. Zero, next time rather than... Showing off the missions. Please don't let's fight. With our own Pokémon. Sorry, Tankrowth. I... Should have... Invented. Stopped yelling at me. To say this machine was supposed to make it stronger. The misjudgment was the key factor. Regardless, with Tankrowth... Cap-shaded the... Magnet... Both were... Regress. So it's all going to back to normal. Das... Is... Is... Counterproductive... To the main here. Let us recover the unit and... Abspond... And miss the regression. Hey Max. Wait. Ähm... Und damit hier habe ich die Ehre mit wem von euch treiben. Es ist ein bisschen... Oof. You don't think this is over. Anywhere near it. You might... Have... Caught... Us... At the... Germania... Stage... This time. But... You don't stand... A flowers... Can... Chance... And fame... At... Taking a stone. For you. Don't forget it. Aha. I can breathe again. That was only... Megalde... Mortifying. Thanks for... Curcially saving our lives out. There Max. I don't know how much longer it... I was going to be able... To hold on. The speaker should also be grateful for your assistance. It... Is... Regretable... That more support was not able to be provided for the operation. As soon... As we... As we... Got close to... The machine... Those winds... Spung up... Spung up... And... Wrapped us. It appears that... The act... Tested... The limit... Of... The machine's... Fine motor... Capturabilities. After... Doing so... The chain growth... Began to... Have... A... Way to... Carry... You know... Specific control of the linked Pokemon... Places... Significant... Proceed... And... Strain on the control system... To be able to make a single Pokemon... Do all that... Just... What's... This... This... To... Capable... And... Hey... Where did Victoria go? Reacts... To her... So... He was... Here... All... Along... If... Only... I had... Been... Able to catch him... In the first place... Theoretical... Oodcomments... Are... Meaningless... In... In the... Sudden... Stances... Purpose... Should... Be... Able to... What... Which... Remains... Within... Measure... Able... Control... Imports... All... Verified... Into... To... 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 boast... Free... And... To... 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 Assist... In... Lig... Location... Of... Victoria... Agreed... Ich habe die Erwärts über die Erwärts gelegt, und dann wieder zurück zu der Erwärts auf die Erwärts. Die Erwärts, so schnell ich kann. Die Erwärts, die Erwärts sind. Wir sind hier losgekippen, wir wollen hier mal reingucken, wo es geht. Let's get the levels of an item. Ok. So, hier ist hier noch etwas Neues, nicht hier vielleicht? Ach du Scheiße, I knew I want you. Ich wollte erst mal zu Punktmonzetter, dann... Ok, deswegen ist unser Team noch ganz fast geteilt, da haben wir nur zwei eingesetzt. Schlappruder. Oder auch nicht. Oh wei... Schlappruder ist gefallen. Nein! Ich wollte mal etwas einsetzen. Bedecken Mist. Nicht so viel Schaden. Können wir Cutter im letzten Kampf setzen? Oder auch nicht. Was geht das nicht, so Hupen haben. Was ist das? Babydoll-Eyes, okay dann. Ich glaube, irgendetwas Genesens zu haben in Ratio Tops, den beginnt sich dann irgendwann mit... 38 war das irgendwie, das ist irgendwie absurd geworden, auf jeden Fall. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ist das? Ich bin so confused, okay. Ich bin so confused. Okay, ja. Die Blutersache. Er hat die Verfügung selbst verletzt. Wow. Ich glaube, das Lippertzäune hat geklappt. Ich bin doch erschrocken. Ich bin so süß. Ich bin so süß. So, dann, was passiert. Level 20 Ah, wo wir nicht hinkommen Oh, die Park ist aber deutlich kleiner geworden Weißt du das Gefühl? Und die Schuhe So, und hier wieder gehalten Hm, wo bin ich gerade hingedatscht? Ach so, das ist ja nur die Wand Hier rechts müssen wir noch nicht Gut Terms are the most evil thing ever Okay Welcome, I am the guide to the obsidia department store Sponsored by CivSco Best for the general nerds Mal wo ich nicht Pen Machen wir jetzt so Okay Haben wir noch Geld? Ja, haben wir Skatewalk Können noch Revants werden Schutzeit zum Schutzeit zum Auf 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 So, naja, wir haben nicht mehr so viel Geld. Mal gucken, bringt hier nichts mehr. Hallo, willkommen zu Cifco, 3-Born branch headquarters. New to Security is just the Kanto region. This business is never... ...that we're building. I'm not available to the public. However, we encourage you to take Kuju and please take out your best. Okay, was auch mal. So, jetzt kommen wir weiter. Ich werde hier durch. My, my. Why? The students can be handful when they are not slacking off their or without up about something or other. Okay, why Plum and Ben Rosum have equal BSDs. But why Plum focus on special attack and Ben Rosum is defensive. It's the outer other way around. I'm never ready to get to studying the time. This is bad, this is bad. Studying time, this is bad, this is bad, this is bad. This is bad. Alright, let's go. Okay, let's go. Sorry, I'm not good at all. Okay, well we got to eat a game. What are we here? So, schmeißen wir was um die Welt. Mach schon was das überhaupt bringt. Nicht viel. Ich werde noch am Ende nehmen lassen, um so weit es geht. Ich werde die Erfahrungspunkte sammeln. Oh oh. Oh ja, ich hätte nicht mehr auswachsen können, verdammt. So, wer ist damit zu? Ja, Paralyse und wo oder her? Handmove, okay. So viel dazu. Was wird schlossen? Ja komm. Mach es alle. Das zweite Pokémon, das machen wir auch noch alle. In Punita. Das ist sogar mein eigenes Schirm nicht. Tja. So, gleich wieder mal zur Zirnung. Anfangspunkt für beide. Oh, da müsste er vorliegen für beide. Das ist doch ein Jaimann. Ja, das ist doch ein Jaimann. Verdammt, dann räumt das Himmel mal auf, das ist toll nur, fantastisch, 16, hey no fear. Ok, haben wir jetzt zufälligerweise ein Pokémon Center, vielleicht mal eins, das ist ein Gym, jetzt nicht, ich habe es gewusst, I can't beat the high school, ich werde gleich zum nächsten Pokémon Center geschickt. Ja komm, ich muss die Welt schmeißen, dafür dass das so eine heftige Animation hat, gibt es erstaunlich wenig. Ja komm, ich muss starten, ich bin immer noch nie. Ich muss da klappen, ich muss da kämpfen. Enton, gut, das war nicht so, ich muss da kämpfen. Ok, Pokémon. Ich kann nicht sprechen, ich kann nicht sprechen. Pokémon Center hier, nein, schon mal nicht, die Küche haben wir hier. Ok, zum letzten Pokémon Center. Ok, ich muss da, wo wir waren, das war doch hier und wo. Ach, verdammt wird es nicht nackt. Verdammt Zeit, was ist es? Manchmal verliere ich hier die Aufmerksamkeit, tut mir leid. So, dann nehmen wir erstmal das Casino oder was. Oh nix, ok, let's test your skills. Ok, ah nö. Ich würde mal sagen, wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe, müsste ich die halbe Stunde mal abgeschnarrigt haben. Dann mache ich wieder in dieser Stelle Schluss. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das schaffe. Heute ist das Bedeutung Kompliz. Ich schaffe heute keinen zweiten Part mehr. Müssen wir mal gucken. Es ist schon der erste Dezembernaht. Ich habe ein bisschen Vorsprung, aber da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, ich schaffe das alles bis zur 24 fertig. Ich habe jetzt im Dezember noch ein paar Tage Zeit, aber ja, wird schon irgendwie Stück für Stück. Bis morgen. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020